Du da, mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Nur ein Irrer würde hier etwas Wertvolles suchen. Unermessliche Reichtümer, Ruhm, Macht, Frauen. Unglaublich. Und jetzt raus. Willkommen zurück zu der Weitmauskerbe von Batman Arkham Asylum. Ja, wir machen natürlich an der Stelle, weil wir uns jetzt aufgehört haben und wir müssen jetzt Poison Ivy wieder zur Vernunft bringen. Wir haben halt beim letzten Mal, wie soll ich sagen, im Gewächshaus haben wir sie zurückgelassen. Joker hat sie infiziert mit dem Titan und wir müssen jetzt hin oder jetzt ein Gegenmittel haben und sie wieder normalisieren. Wieder in ihren Male Form versetzen und wir können jetzt die Wind anreißen, ist es nicht super. Und ich frage mich, wir mussten ja eh schon mal in die Betthöhle, um halt uns die Batclaw-Verbesserung zu holen. Und jetzt sind wir zum zweiten Mal in der Höhle und haben nun den dreifach Batclaw-Schuss, wo ich mich frage, Batman, warum hast du das nicht gleich mitgenommen? Es macht für mich absolut keinen Sinn, warum er das Ding erst jetzt mitgenommen hat. Aber gut, ist ja nur meine ehrliche Meinung. Jetzt machen für mich sehr viele Dinge in diversen Videospielen gar keinen Sinn, aber egal, ich sehe nur, ich sehe nur meine Meinung. Hallöchen. Ja, ein kleines Parcours, damit wir auch schön mit der Weltklar hier ein bisschen arbeiten können, beziehungsweise mit unserem ganzen technischen Know-how, was wir bis jetzt alles gesammelt haben. Weil jetzt aktuell dürften wir ja eigentlich alles haben. Wie in der Rügenweilwerbung. Wie viele? Alle. Mikrofon müssen uns recht geschoben. So. Da fliegen wir mal ein bisschen hin. Ja, fliegen macht natürlich im Batman Arkham City mehr Bock, aber hey, muss auch gemacht werden. Ich glaube, wenn wir eine gewisse Strecke gleiten, dann bekommen wir sogar eine Trophäe. Ui, macht das Spaß. Und ich glaube, ich dächte zumindest, hier gibt es auch irgendwo noch eine Widdler-Trophäe. Wo ich mich auch frage, hm, das ist verdächtig nur bei meiner Höhle. Also, eigentlich müsste der Widdler ja dann genau, also fast, fast davor gewesen sein, mein Versteck zu finden. Aber der Widdler ist auch ja auch ein gerissener Fuchs. Der muss das ja auch dann irgendwann mal finden. Irgendwie. Aber gut. Das ist ja etwas, was die Gäme, die nicht hier vom Batman angeht. Da war Bane ihn sogar ein bisschen voraus. Kein Trophäe, kein Trophäe, okay. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche und dass hier keine Widdler-Trophäen sind. Von dem her, ignoriert einfach, was ich da gerade eben zuvor gesagt habe. Wollen wir mal. Zu weit. Ich bin Batman. Ja, das bist du. Wir müssen auf diese kleinen Brücke landen. Ich dachte aber, hey, was ist da hinten? Das sieht lustig aus, da will ich hin. Ah, okay. I see. I see. Ah ja, hier, wo ich hier die ganzen Leute zusammengeschlagen habe. Ja. Ich finde, ich bin ein gutes Vorbild für die Kinder. So, liebe Kinder, wenn euch jemand auf die Nerven geht, schlagt ihn zusammen. Und die Pflanzen mache ich jetzt auch kaputt. Moment. Amut machen? Ja, genau so. Bam. Da kann ich mich aber auch an die Dinger anschleichen. Oh, sie ist rot, sie ist rot, sie ist rot. Ich hoffe, du hast recht, ich bin hier, falls du mich brauchst. Und? Lüftungslacht haben wir beim letzten Mal schon gewesen, ne? Wir gehen auch mal hier lang, wir gehen mal hier lang. Beim letzten Mal hat das Ding schon kaputt gemacht, okay, gut. Da ist Gefahr, das bedeutet, wir müssen hier lang. Das Ding wird rot. Wir müssen diese blöden Spuren ganz schön ausschalten, zack. Schön, Gebrauchs reinstecken, genau. Da. Komm schon, spuck's aus. Spuck's aus, komm schon, komm schon, ja. Kaputt. Faust reinstecken. Bamm. Kletter hoch. In der Kalle hab ich nicht, okay. Komm, spuck's aus, komm. Faust reinstecken, bam. Laufe, 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 komm. Das Titanenwasser scheint wetzend zu sein, aber das kann die Warnsug nichts anhalten. Was hast du erfahren? Ich bin nicht sicher, ob du bereit dafür bist. Nein, aber mach weiter. Joker pumpt die ganzen Abfallprodukte vom Titanenprozess in diese Kammer. Sie liegt als eine Art natürlicher Vorratsbehälter. Wenn sie voll ist, riecht das Wasser in den Gotham River. Eigentlich ist es sicher, aber... Aber diesmal ist es voller Titanen. Wie kann ich es stoppen? Ich arbeite dran. Das ist ein gerissener Schuft, der Joker. Komm, spuck's aus. Nicht du, der andere. Komm, spuck's aus, komm. Kaputt. Bam. Da gibt's nichts weiter. Okay. Oder doch, gibt's da vielleicht noch irgendwas? Warte mal. Hey, vielleicht müssen wir sogar hier lang, wer weiß. Doch, wir müssen sogar hier lang, alles klar. Moment, da will ich auch noch die Pflanzen kaputt machen. Moment. Prioritäten, ich will noch die Pflanze kaputt machen, hab ich meine Ruhe. Was jemand, der mir so einen blöden Schaden zufügt, gefügt, bam. Die kräftet jetzt niemand mehr an. Kann ich sogar hier schon? Ja, ich kann sogar bis dahin so. Klettern wir mal hoch. Nach den Plänen, die ich in den Akten habe, gibt es drei Kontrollräume. Der erste ist genau über diesen. Ich lege sie alle stecken. Was passiert, wenn dieses Titanz halt Gotham erreicht? Es wird Gotham nicht erreichen. Hm. 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 Okay, ich sehe schon, wo ich lange muss, alles klar. Also machen wir den ja. Hüah. Moment mal. Okay, hier gab es keine Trophäe. Okay, gut, gut. Na ja, man weiß ja nie. Man weiß ja nie, was die platziert. Man weiß ja nie. Das ist so geredet. Joker sagt, das Zeug würde nicht schaden. Was ich überhaupt nicht glauben. Hast du gesehen, was die Titanen mit den Menschen macht? Dann verwandelt sie in Monster. Aber meine Frau, das wird eine Verbesserung sein. Hehehehe. Gibt's was zu lachen? Ich nehme an, du hast erledigt, was ich dir gesagt hatte. Hoffentlich. Wenn du lügst, finde ich deine Augen und deine Fülle. Wo stehst du? Sympathisch, der Kerl. Ja, ja, die werden hier blaues Wunder erleben, die Typen. Uuuh. Komm her. Halt drauf einmal. Die sind tot. Ja, meine Lieben, die habe ich gerade umgebracht. Wo ist los? Ach schade, die leben ja noch. Das war nicht so geplant. Komm her. Bam. Tja, ja. Unglaublich. Ich nehme an, dass bist du da drin, Bertz. Genieße es, solange du kannst. Diese Höhlen werden dein Kraft. Hehehehe. Ich höre irgendwelche Stimmen, aber ich kann nicht sagen, woher das kommt. Was heißt hier gerade irgendetwas hier reden hört? Ja, ich höre auch gerade diese komischen Stimmen. Ich weiß aber nicht, wo die herkommen. So, dreifach Battle Ranks, ne? Was haben wir hier noch? Liebe Reihenfolge. Ja, benutze ich eigentlich eh nicht, ne? Verbessern wir uns mal ein bisschen im Combat. So, und raus hier. Wir können aber noch mal kurz gucken. Ja, theoretisch. Ja, theoretisch haben wir hier draußen noch ein paar grüne Fragezeichen. Ob wir die jetzt alle jagen, sei jetzt mal dahinter gestellt, müssen wir natürlich nicht machen. Natürlich Erfahrungspunkte, ne? Gut, machen wir jetzt aber mal nicht. Oh, warte. Setz dich und halt mal. Glauben Sie, ich habe Angst vor Ihnen, Crash? Ja. Ich bin Ihnen aus der Spur. Ich habe nicht gehört, wie zu töten. Ich mache nichts anderes. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Wovon sprichst du? Ich bin der beste Schütze in Gotham, jeder weiß das. Ja, ja, klar. Anscheinend habe ich die E-Mail nicht bekommen. Die beiden ziehe ich jetzt zu mir ran. Pass auf. Ah, gleich mit der Pumpe. Nehm, mit dem Gewehr. Egal. Du lässt das Gewehr bitte hier liegen. Du wirst keinen Schuss aufgeben. Schön ins Gesicht, genau. So. Natürlich lasse ich das. Hallöchen. Ah, schleichen. Okay, ja, da bin ich gut, ne? Hoch da. Ich brauche den Highground. das ist ja kein sprengstoff dran oder nicht nicht so aus gehen wir erstmal durch den lüftungsschacht dann macht doch joker das hört sich spaßig an scheint so kommt er hier gleich runter dann kann ich das ja springen warte mal ja und es ist gut er wird gleich bauklötze stone da ich hab's verkackt bist du kommst du kommst noch rein du kommst noch mal rein okay er ist ja er ist tot der wird nie wieder aufwachen mann 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 bin ich ein arsch ja ich habe nicht immer so ich zieh die jute nicht einfach runter sterbt haben sie natürlich gehört okay ich hoffe ja ich habe noch genug zeit dafür knapp sehr knapp ich muss den schutzengel gehabt haben ich muss einen richtig dicken schutzengel gehabt haben ganz ruhig ganz ruhig direkt über mir da sind okay das ist eine ich komme na die geht es immer in zwei teams okay okay die macht mir ein bisschen schwieriger irgendwie schon schlechtes timing der ist alleine okay hinter weil du das geld brauchst wie die anderen typisch natürlich auch komm hier rein komm hier rein ach wo nee warte mal ich weiß du kannst du mich hören ich will dass du diese typen verletzt und sie bedanken dir nicht hoppla ein bisschen zu laut scheint so kommt schon trennt euch trennt euch die haben angst die haben mächtige angst normal ne ich bin wenn gut bemerkt dein kumpel da ist ein bisschen zu weit weg der kriegt das nicht mehr mit wir bleiben hier bleiben hier du hast du angst macht ihr euch so wie schon ich glaub ich hab mir so gut über meine besten Hand zugeschüttet das geht nie wieder raus aber ihr macht euch wohl mehr wegen der großen bösen Fledermaus tut ihm das weh wir gucken mal ja es tut ihm weh ok bam einer geht noch jetzt nur keine fehler machen es ist nur ein typ mit waffe ja was hast du denn bemerkt du hast nichts bemerkt du bist jetzt tot ja stirb gute nacht tja schade joker ich kann aber währenddessen noch ein bisschen rumrandellieren ne ich bin zu nah dran ok gut ich bin ja eh hier wegen was anderem ich muss hacken so da da hacking tool activated x2 nächst ha das ist die erste funke die nicht mehr läuft toll, dann müssen wir nur noch zwei finden bin dabei ach hier ist noch was, ja guck er an da nein da ich habe ich weg warte da oben das ding okay ist warte warte da ich hatte gerade sie kräftig kaputt amadeus arke netz wieder zu sehen beziehungsweise schön wie das linie zu hören beziehungsweise ich bin batman ihr lebt noch schämt euch hier messer jockey komme ja die unhöflich nicht erkundiert die höhle und da kommt sich hier mit ihren spielzeugen an sie ist kaputt junge zieh gott ccc 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 mein herz macht bom 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 meins ok ich was lang geht alles klar wohin gehst du hier ist nichts mehr frei das hier ist mein land kann ich nicht alles klar ich habe jetzt ab wie irgendwo fragezeichen ok ja glaubt ihnen guckt mal er greift denn sogar mit seinen dritten mit seinen dritten an also ich würde auf den mann hören ja nicht dass er hier mit seinen gebissen ankommt und dann knabbert er euch langsam die ohrläppchen blutig 1 ach da müssen wir sowieso lang okay gut nur ein bewaffneter ok ich muss jetzt kämpfen okay ich war jetzt eigentlich hier in ruhe dort wieder rausgehen er macht doch damit funktioniert und wird rein ich werde zur oberfläche zurück ich weiß ab schützt ihr trottel sie müssen sich jetzt der fahrst vollkommen ja ich bin batman die kinder und ruhig versauern ja ich bin batman hilfe ich wird angegriffen von zähnen ich weiß ich weiß nicht was er untersteigt zum titan typi kommen sie runter kommen ich bereite mich nur wissen doch vor so habe schon gesehen kommt doch da ha 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 ja macht doch kommt aber der reaktor so knapp weil ich die bleibt natürlich nicht ja blocken blocken blöcke sympathisch und ganz unterhalten macht doch um diese sprüche klopfen war macht es doch einfach halt die klappe und macht einfach ja also jetzt habe ich euch mal aus fressbrett so ach neue gegner super wollt ihr alle mit mir spielen super war mit der uhr was knapp das hat ihm er kommt er kommt er kommt macht euch alle selber zum trottel und der typ wird jetzt nur noch super schlürfen können und er doch ja hau ihn hau ihn na klar habt ihr bock auf schläger acht neue kameraden die ich verkloppen kann ja super kommt er kameraden kommt er kommt er kommt zu er ihr wollt doch alle was nicht war beim bar aus finder raus ich fühl mich lebendig sprache und stecke sofort schläger ein super Komm, bleib liegen So, wer will noch Es war gerade erst zum Aufwärmen da Irgendwo da oben gibt es noch was Okay, gut zu wissen Achter Na guck Einer an Komm, komm runter Aber die Ursache Um die Netze wieder kennenzulernen Na Achter, da oben gibt es auch noch was Ah ja, du musst erst mal hier Okay, warte mal Aber laut Karte habe ich hier noch irgendwas übersehen Achter, in diesen einen Raum, wo ich die Typen einfach generiert habe Naja, ich komme eh nochmal hierher Alles gut Schauen wir uns ein bisschen Zeit So Er kommt So, Verbesserung Wir können ja noch ein bisschen Er ist doch geil Komm her Also Kreis und Dreite Kann ich sofort Gegner ausschalten Okay, ist doch gut Im Kampf versteht sich Fahrstuhl Fahrstuhl Gegengewicht Kann ich das nicht einfach Nein, das muss ich Kaputsch bringen Alles klar Damit der Fahrstuhl runterkommt Alles klar Na denn Jetzt ist er unten Jetzt kann ich da nach oben Genau Das Spitze Passt doch Hallo Zieh Geht's noch weiter nach oben Nee, oder? Nee, okay Raus hier an die frische Luft Die time Ja, ja, scarecrow Der wurde eh gefressen Komm, jaggen wir ein bisschen was in die Luft Wird spaßig 3, 2, 1 Boom Wo komme ich denn eigentlich raus? Ivy wird stärker Ich muss sie aufhalten Ich glaube sie ist noch im Garten Wo du sie gelassen hast Aber sie beherrscht ihn jetzt Du läufst in die Falle Das glaubt sie jedenfalls Ja, ist doch geil Traps Wunderbar Habe ich Bock drauf Typ mit nem Schauschützen gewählt Die werden eh alle sterben Also ab zum Garten Moment, ist doch falsch Ich fiel doch grad falsch Moment Ja, ist doch aber ein bisschen falsch gelaufen Okay An dir die Seite Schön zu wissen, Ivy Da kannst du dir ein großes Glas Ist mir egal Gönn Oh Hm, wird schön rot Genau Da machst du diese blöden Spuren Die ich natürlich alle kaputt machen werde Genau Mach doch Traust du dich? Dann nicht Alles Ich bin überall Meine Babys kennen Jeder deiner Bewegung Die haben genau das denke ich doch Wir werden die stärkste Macht auf dem Plan Wir sind gut Mann, hab ich Angst I can't stop this feeling I am high on believing Warte Zähne Sterbt Ich hol dir neue Blume aus dem Obi-Wau Wenn ich mit Batman fertig bin Bin ich hinter dir, Herr Joker Sniper Gell, oder? Ja, das finde ich doch super, dass du hier so rein teilen Toller Kerl Au Sniper Ich komme Du bist ein blöd, Mann Der Typ Der Typ hat mich aber Der hat mich richtig gut erwischt Sag mal Der hat schießen gelernt Bei Jacobs Erlauchen sie mehr als einen Schuss Wenn sie keine Jacobs benutzt So, was gibt's da oben zu hacken Ist mir egal Ich will's haben Kaputt Dach Ich bin der neue Ich komme jetzt öfters Geht her Der Privat Privat hin Privat her Ist mir egal Gibt es doch Wehe her Aber kann man hier noch irgendwas hacken? Ne, oder? Oh, oh, oh Warte mal Ne, da kam ich her Die, da kam ich her Alle Wege führen nach oben Alles klar Objekt verdeckt Moment Hier gibt's keiner was zur Frage Okay, auf zum Gewächshaus Ja Wir dürfen Ivy nicht warten lassen Ivy, ich komme Wie der Neidreiter komme ich Zähne Das nehme ich männlich Kriege ich die von hier aus Wir gucken mal Too easy Na, 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 na Wieso, ich komme doch Hab dich nicht so Ich bin Batman Und du nicht Also bist du endlich hier Gefällt dir, was ich hier verändert habe? Meine Babys wachsen Batman Komm Sieh mal Ja, super Wie komme ich hier weiter? Beim letzten Beim letzten Bin ich doch da Aus dem Düfte gesagt Ah, nee, da Da Oh, man Ich wollte es gerade sagen Egal Egal I can't stop this feeling I am high on believing Oh, warte Oh, warte Nur ein Battle Rain, genau Ich hätte auch das Schnellding verdienen können Aber egal Nein Bist böse Ich mag dich nicht Bist du dir so sicher? Da Doch Gibt mir wehgetan Außerdem haben sie hier Diese unschuldigen Menschen Da umgebracht Ich könnte ja nie Jemanden töten Wisste, aber Die denkt sich so Ey, ich töte jetzt Einfach mal alle Ich bin total giftig Und so Ich meine, klar Ich störe auf Gift Und so Gift Pokémon Und mehr damit Aber, hey Komm, gib her Chantal Heul leiser Ich hab doch gesagt Heul leiser Ja, ja Wir gehen jetzt mal Den ganzen Weg zu Poison Ivy Alles klar Zähne Das ist nämlich männlich Bist du bereit für mich? Glaubst du, du bist mit mir fertig? Ja Ich komme Hauf zu lachen, Joker Folgen wir einfach mal Diesen glüppschigen Hentai-Tentakeln Das ist natürlich Keine Falle Oder sowas in Ordnung Nein Überhaupt nicht Ach, zwei Du liest stehen noch rum Ja, super Er kommt Er kommt Ich habe mich rückversichert Ah, nee Ach komm, hast du jetzt nicht getan, ne Das sind Jünter und Rüdiger Die Katze ist einfach was antun Sind mir leid Rüdiger, ne Mit dem Hinterkopf Auf der Parkbank Ei, ei, ei Hallo Tentakel Nein Blöd, Mann Ey, ich rüber Und dann macht er das Das ist ja furchtbar So Ivy Jetzt hat die Klappe Jetzt komme ich Ich bin Batman Ich lasse dich das nicht zerstören Ich habe gesagt, du sollst in deine Zelle gehen Ich war ein Narr Ich dachte, die Pflanzen hätten Schmerzen Jetzt weiß ich, dass sie gewachsen sind Stärker wurden Jetzt wachsen wir zusammen Hallo Bestie Ich tue dir weh Tut mir nicht leid Es tut dir gut Wenn wir schreien Tentakel Hentai, Hilfe Warte, mach doch Wer von uns beiden wird zuerst sterben Ich wette du Da, offen Es ist offen Ouch Ah, Critical Ich bin Batman Ja, doch Ich bin Batman Da staunst du Was? Ah, ich bin noch mitten reingesprungen Super Ah, Hilfe Ich bin Batman Stirb Mach ihn kaputt, Junge Ah, du Treckiger Fuck Fuck auf Nein Jetzt rein Critical Treffer Sehr schön Nein Ja Critical Ja gut, ich glaube auch Rächtchen Lieber Komm her Jetzt verhaue ich dich Moment hier Da Explosiv Geh Genau Doch Ich tue es Ach, echt nicht Ist ja Furchtbar Man, sie hat recht gehabt Mist Ey, ihr Bein Habe ich euch da nicht Vorhin da zurückgelassen Klar Ist ja ein super Schutzschutz Zusammengebaut Aus Menschen Die mir nichts bedeuten Super Das ist toll gemacht Kriegst du für einen Friedensnobelpreis Tja Oh, war ja Weg da War knapp Versprich nicht Was du nicht halten kannst Ja Rein da Rein da Boah Critical Weg da Oh Batman, du machst es echt spannend Rein da Wir kriegen das hin Wir kriegen das Boah Nein, nicht rein Oh, ich bin da auch noch Reingesprungen Nein Ja, habe ich Ich will doch wehtun Ich tue dir weee Tut mir nicht leid Es tut dir gut Wenn wir schreien Ich bin da gerne noch in diese Takke rein Ich bin beeindruckt Boah Oh Gott Schlechtes Timing Gutes Timing Ich hoffe nicht, dass es ihm gut geht Ich hoffe er leidet Na, na, na Was machst du da? Nein, jetzt nicht wohlmütig werden. Batman kriegt das hin. Ja, super. Explosiv gehe noch rein in die Küsse und dann ist der Kaffee schon vorbei, hoffentlich zumindest. Jetzt stirbst du. Gute Nacht. Sie ist gekommen. Feuerwerk. Feuerwerk. Geh zur Party. Oh, wie schön. Hat der Jogger eine Party für mich geplant? Ja. Äh. Geh zur Party. Oh, wie schön. Hat der Jogger eine Party für mich geplant? Ja. Geht mir her. Nimm mich. Fantastic. Was waren die anderen Dinger, die ich noch machen kann? Mh. 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 Ist ja geil. Geh mal zur Party. Der Jogger singt sogar für mich. Ist das nicht super? Ach, das ist so ein schönes Feuerwerk. Er kommt. Oh Gott. Puh. Man öffne mir die Pforte. Daneben nicht. Am Gollum schlechen wir uns vorbei. Sehr super. Puh. 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 Äh. Und wie der gleich kommt. Ja, man sieht schon, dass das eine Falle ist, ne? Was machen wir? Obi-Wan like. Wir lösen die Falle aus. Die haben auch Party-Hütchen,直uf. Ist das toll? Oh, danke, Fein. Gut, meine Lieben, da würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir dann zum großen Finale ansetzen. Bis dahin würde ich sagen, passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao.